Ach du Scheiße Alter. Schaff ich nicht. Ja ja ja. Komm. Bumm. Bei folgendem Versag. Bombendrogen. Ich bin eh gleich wieder tot ne. Mal gucken ob ich da was reißen kann. Die wollen mich angreifen? Okay das hat nichts gemacht alles klar. Ich mach eh jetzt gleich stopp. Weil ich eh check grad gar nicht was ich eigentlich machen soll gell. Ich bin eh nicht. Ich bin eh nicht. Ich bin eh nicht. Ich muss das nicht kennen. Das habe ich eigentlich gemacht. Vielleicht wenn ich einen von denen verschone, kann ich einen überhören. So, jetzt. Ich kann das tatsächlich machen mit dem Burn-Loop. Ich weiß nicht, wer den Doc erledigt hat. Seine Forschung war geheim. Nicht mal mein Chef wusste, dass ich für ihn arbeite. Vielleicht war es ein Unfall. Das war einfach. Leichtgewicht. Und es gibt ein vorsätzliches Verbrechen. Nur wegbleiben von der Polizei da. Die hat ein Problem im Gab mit mir. Gut, ich habe einen... So hätte ich das machen sollen einfach. Ich habe mir das viel zu schwer gemacht. Aber die vorsätzlichen Verbrechen muss ich auch stoppen. Mal schauen, ob ich das schaffe. No-Hit-Run. Hi, wie viel Prozent hast du schon noch? Gar nicht so viel. Ich bin jetzt gerade am Anfang. Dauert also noch. Chat-Anzeige stimmt heute auch nicht wieder. Wir brauchen Einheiten, in der Frage und dem. Ein Transportfahrzeug antwortet nicht. Ho. Die haben zu viel, zu viele Schusswaffen, ne? Nein. 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 Ey, das schaffe ich safe nicht. Ey. Genau in die Schusslinie gerannt. Wie soll ich denn den Zeugen erreichen, wenn ich hier gerade... Hier kommen die Spinner, um sich Brügel einzufangen. Scheiße, der Van ist gleich down. So, fast geschafft. Nein, hör auf damit. Okay, guck mal. Das war die erste Welle. Und es ist ja noch so wenig Prozent von dem Van üppisch. Fuck me. Mir sieht auch nicht gut aus. Ah, warte mal. Ey, wie können die mich aus diesem Angriff rausschlagen? Wieso? Die ganze Zeit. Ey, ey, ey. Nee, gar keine Lust, ey. Was soll dieser Scheiß? Wie viel Prozent habe ich? Das könnten wir eigentlich mal... Theo, hätte ich sehen. Nee, kann man gar nicht sehen, ne? Vielleicht höchstens zwei, drei oder sowas. Das guckt man gar nicht ein. Das ist schade. Wahrscheinlich, wenn du dann rausgehst aus dem Menü. Okay, warte mal, warte mal. Werden haben wir jetzt eigentlich verhört? Wir müssen noch Freaks verhören. Die sind eigentlich in diesem Gebiet da drüben. Auf der anderen Seite bin ich ziemlich am Arsch eigentlich mittlerweile, weil ich gar keine Möglichkeit mehr habe, mich zu heilen. Mal gucken, ob wir ein einfaches Verbrechen finden von Freaks. Das ist durchgeführt. Was wir fehlen können. Lass mal los. Was seid ihr denn, Freaks? So wie die lachen, klingen die nach links. Das passiert, wenn du nichts auf mich hörst. Okay. Was passiert, was die Polizei ruft? Erwischen. Bitte. Lass das vollkommen. Bitte. So, so, so. Warte mal, warte mal. Kann ich dich nicht verhören? Na, dann werfe ich dich. Oh. Ah. Das war auf jeden Fall ein Tod, oder? Okay, das geht also nur während größere Verbrechen, nicht während solcher kleinen Lachen. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist die Polizei, die ist aber nicht gut auf mich zu sprechen, wenn die schon so markiert sind. Ich muss nicht die ganze Nacht hier stehen. Ich kann sich gerade den Tator anlegen, ich wollte ihn hinterlassen. Oh Mann. Oh Mann. Hey, warte. Warte mal. Soll irgendwas einscannen, ne? Ah, so geht das. Das ist die nächste Sammelaufgabe. Ach, du Schande, ey. Ja, ich brauche einen Verbrecher. Aber ein größeres. Und den Formanten herhören kann. Den Vierer will ich schon. Mach den Platz. So, arme dich doch. Dein Kumpel Langström wurde ermordet. Was weißt du? Jetzt rede schon. Ich wusste nicht mal, dass der Trottel tot ist. Der Kerl hat uns gutes Geld gegeben, damit er uns das Zeug spritzt. Sicher, dass es kein Raubüberfall war? Glockenturm. Keiner scheint zu wissen, warum Langström tot ist. Wir lassen uns was einfallen. Und wir wissen, wo Talia ist. Ich sende die Koordinaten. Geht klar, danke. Nicht im Ernst, dass ich jetzt zu Talia gehen soll? Ich würde aber eher sagen, dass es sinnvoller ist, da beim nächsten Mal weiterzumachen. Wobei, jetzt machen wir eine Sache noch. Ah, hier ist noch ein Vorsicht verbrechen. Ah, Schwierigkeitsstücke. Wollen wir den noch anschauen? Oh nein, das ist ja aber ewig weit. Oh, das ist ja der Nied des Glockentums, gell? Wollen wir mal. Ach so. Nein. Okay, dann versuchen wir... Okay, machen wir das zum Schluss vor heute noch dieses Verbrechen anzuschauen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Weil ich wurde schon ganz schön in die Mangel genommen. Okay, ich brauche ein Motorrad, um darüber zu kommen. Und geht eigentlich meine markierte Sache dann immer weg? So. Meine Wegmarker. Juhu! Das ist ja nicht so. Nein, ich will, ich will da hoch. I buy that for a dollar. Ach, du Schande. Das ist ja noch eine Insel weiter. Nehmen wir das halt irgendwie als Abkürzung, ne? Die Gotham Gazette. Ja, nice. Ich bin jetzt hier abgeschoben, du Abkürzung. Guck mal, wie der angeben muss hier. Weird black spot, okay? Ich bin jetzt hier abgeschoben. Okay. 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 Oh. Ach, ich bin jetzt hier abgeschoben. 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 Irgendwie schon, ne? Die können mich dabei treffen. Das gibt's überhaupt nicht. Uh, ich hab einen Stubenaufstieg. Schön wär's ja, wenn man dann für einen Stubenaufstieg wenigstens mal geheilt werden würde. Guck, das trifft mich sogar dabei. Das sieht nicht gut aus. Ah, ich kann zu laut sagen. Perfekte Angriffe nicht geschafft, aber egal. Uh, hab ich auf den Aufstieg geschafft. Hey, das zählte sogar. Jetzt müsste ich nur noch Minibosse finden und besiegen. Aber ganz ehrlich, da wär ich viel zu platt. Wir machen folgendes für heute. Wir werden die Patrouille beenden. Und ich werde dann zu einem anderen Charakter wechseln. Ich meine, wenn wir es mit der Liga der Assassinen eh zu tun haben, bietet es sich ja an, gegebenenfalls Robin hinzuschicken. Und ich glaube, ich habe den Träzisten hier begerettet. Kampfdetail ist viermal besiegt. Ja, das war nicht so gut. Hinweise hochladen. Ah, wir haben sechs Hinweise. Schönen Sie wieder hier zu haben. Morco Bruce hat längst von dir gegenüber nie allein. Niemals, Master Richard. Er hatte mehrere Fälle, die er hier vorher fühlt, aber nicht in den Grundsicht kennenlernen. Wir finden das auch. Natürlich, Sir. Ohne Zweifel. Wir finden es gemeinsam. Hm. Ach du Scheiße, das ist echt. Puh. Naja, dann machen wir das. Wir werden das trotzdem irgendwann machen. So, beim nächsten Mal geht es weiter mit Robin. Haben wir ein Grundlagentraining, was man mit dir machen kann? Abgepasst du. Okay. Das muss ich zum Glück nie wiederholen, das war so blödsinnig. Meine E-Mail halt. Ich will noch was schauen. Ich komme zur Werkbank. Ah, ein neuer Langstock. Sehr schön. Ausrüsten. Ah, die steigen tatsächlich zusammen auf. Und jetzt kann ich von ihm seine Föden. Aha. Das ist, das ist eigentlich cool. So. Ist aber noch nicht freigeschaltet. Warte mal, jetzt will ich noch was bei der Anziehung gucken. Okay, okay, okay. Und den können wir eigentlich zerlegen dann, ne? die muss ich erst freischalten gut dann machen wir es mal mit der kombination das sieht fancy aus das hat eher was von batman das sieht besser so werden wir dann unsere patrouille machen wie gesagt beim nächsten mal aber das kommt nicht so regelmäßig wie assassin's creed weil das ist gerade nicht das hauptgame und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann